Was geht ab, ihr geinglubschies? Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde vom Payday, die Grime Wave Edition. Alter, was ist denn nun los? Alter, okay. Ähm, au, das hat weh getan. Ich hab mir mal neue Waffen geholt, ich hab eine AK und eine neue Pistole. Übrigens hab ich auch ein bisschen geskillt, ich hab jetzt eine Arzttasche dabei. Und, äh, die Mission, die wir jetzt spielen, die kenn ich auch noch nicht, die heißt Kernschmelz. Ähm, wir sollen hier irgendeinen Shit aus irgendeinem Frachtcontainer holen. Und, äh, es soll hier ganz lustig werden, da die Cops schnell da sind und, äh, es geht ja schon ab hier, man kriegt's ja schon mit. Ich rutsch hier mal runter. So. Es sieht aus, als wär das hier Soldaten. Als wenn wir hier gerade die, äh, äh, Armee brauben hier. Kranke Socke, ey. Kann man auch mal machen. Warum sollte man auch nicht mal das eigene Armeechen ausräumen? Gibt, äh, gibt Gründe dafür. So, finde den Tresorraum in einen Container. Aua. Aua. Ja, danke, dass du auch mal schießt, ey. Bin schon tot hier, ey. Jawohl, Alter. Danke für die Hilfe hier. Ja, willst du mir auch hochhelfen, oder was? Ja, gut. So. Also, wir sollen in ein Murky, äh, Weather, oder wie heißen die? In ein Murky irgendwas, ähm, Frisur, nein, Containerei. Und da ist ein Frisur drin. So rum. Aua. Alter, was ist hier los, ey? Leckt mich am Arsch. Ich glaub nicht, dass das eine Mission ist für unser Level, ganz ehrlich. Mal gucken, wo ich die... Oh. Ähm, und jetzt ist hier nichts drin. Wow. Gut, dass ich die Keycard benutzt hab. Ich würd hier auch noch. Alter, jetzt halt doch mal... Jawohl, ey. Alter, was ist hier los? Was ist das für eine Mission, ey? Ohne Spaß? Die ist niemals für unser Level. Du schaust mir ein bisschen... Ja, ich weiß, ich brauch Hilfe. Danke. Eieieiei. So, die hinweg. Oh, hier ist ein Trezoraum. Äh, okay. Öffnen. Wir müssen diese Murky-Water-Container öffnen. Ne, Murky-Water. Ich häng die ganze Zeit bei Weather wegen, äh, GTA. Alter, was ist das denn hier? Guckst du, oder was? Ach, hier kann ich auch aufmachen? Ist das denn so ein? Ja. Oh. Alter, ich bin ein fucking Genie. Ich brauch ne Brechstange. Safe. Ich wusste, dass er da ist. Äh, überhaupt kein Problem hier. Wow, dafür brauch ich ne Brechstange. Ich brauch ne Brech... Aha. Ja, ja. Aber erstmal müssen wir hier jetzt an ne Brechstange kommen. Lol. Lol. Wie geil ist das denn? Man kann jetzt Autofahren hier? Hahaha. Wie geil. Wie komm ich wieder runter? Ich will wieder runter. Wie komm ich runter? Wie kann ich aussteigen? Nein, so nicht. Wie steig ich aus? Ich komm nicht mehr runter. Ich kann nicht aussteigen. Hilfe. Ich häng fest. Lass mich runter. Ich häng auf dem Gabelstapler. Oh, scheiße. Nein. Aua. Oh. Ich komm nicht hier runter, Alter. Ich hab keine Ahnung. Leute. Ich häng hier fest, Alter. Ich komm hier nicht runter. Wie? Das müsst ihr euch grad mal vorstellen. Ihr seid so ein professioneller Bankräuber. Und hängt am Gabelstapler fest, Alter. Nein, nicht abballern. Hilfe. Ich komm hier nicht runter. Was? Hey. Hilfe. Ja, komm. Tötet mich. Vielleicht geht's dann. Ja, komm. Oh, ich glaub, ich bin drunter. Oder? Bitte lass mich da jetzt nicht wieder rauf zu gehen. Bitte. Oh. Gut. Ich mach hier mal ne Arzttasche hin. Hier hab ich mir ja geskillt. Ah, geil. Das ist auch neu. Dass man jetzt mit Aua Auto fahren kann. Das gab es vorher noch nicht. Also wir haben hier echt ein bisschen was verändert. Das muss ich sagen. Aua, 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 Aua. Okay, hast du hier Blechstangen gefunden oder so ein Shit? Geht nicht so aus. Wir müssen irgendwo Blechstangen finden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die selbst in so einem Container drin sind. Wo finde ich hier jetzt... ...Rechstein? Oben vielleicht? Irgendwo muss es hier ja welche geben. Okay, höher geht's gar nicht. Die kann ich nur wieder runter. Ähm... Okay. Das wird jetzt ein bisschen Souverrei, glaub ich. Ja, ich weiß. Aber... ...wann werde ich die finden. Forklift? Okay, Gabelstapler heißt auf Englisch Forklift. Wieder was gelernt. Ich habe eine Brichtung, Alter. Ich bin Held, ey. Pass auf, bevor ich das mache, möchte ich hier erstmal aufmachen. Was haben wir hier? Alter, Gold, Junge. Ich bin Gold, Junge. Ey, jetzt geht's ab, Alter. Hier, da, Money. Hier, Gold. Oh, wow. Habe ich echt weit geworfen. In vier. Fuck. Scheiße. Wir brauchen drei. Alles klar. Gut, dann will ich mal weiter die Augen aufhalten. Brechstangen suchen. Brechstangen suchen. Ja, gab's draußen nicht auch noch welche? Also Container, kann man da dann vielleicht? Weil draußen geht jetzt wieder Party, ne? Guck mal. Noch geht's. Guck mal auf hier. Vielleicht bin ich hier ja irgendwo in einem Container welche. Oh. Okay, jetzt trittet einer bei. Jetzt trittet einer bei, ja. Äh, die Brechstangen haben auch schon mein Gehirn geprecht. Hä. So. Da hat gerade jemand einen abgeseilt. Habe ich genau gehört. Nicht in mein Video. Oh, fuck! Alter! Da hängt da ein Juggernaut im Container. Was ist denn falsch mit ihm? Beziehungsweise was ist falsch mit den Leuten hier, dass sie in den Container einen Menschen einsperren? Fuck! Da willst du eine Brechstange suchen und holt einfach so einen Juggernaut da raus. Ja, das kann ja was werden, Alter. Ballert was ihr könnt, Jungs. Rückzug. Er will uns haben. Granaten. Ich hab keinen mehr. Okay, die hat auf jeden Fall gesessen. Pass auf. Brr. Oh. Ich wollte eigentlich auch vollautomatisch stellen. Gib ihm. Habe ich auch schon mitgekriegt. Stell's dir vor. Aua. Er steht da oben auf dem Container. Er steht da auf dem Container, Alter. Ja, was ist denn hier falsch? Ich komm hier nicht weg. Nein. Naja, wenn ich jetzt unseren Untergang rausgelassen hab. Auf jeden Fall hab ich meinen eigenen Untergang rausgelassen. Nein! Er hat das Gold! Ich hab ihn getroffen. Hehe. Ballert ihn weg, Alter! Gib ihm! Oh oh, ich muss ja... Nein. Oh oh. Das war's, glaub ich, ne? Weil wir gestorben sind. Wobei, kann er mich holen? Ach nee! Es ist ja noch einer beigetreten. Stimmt! Stimmt, wir sind ja zu dritt. Nice! Boah, stell dir mal vor, die Mission hätte ich alleine gemacht. Kann ich den Bulldozer mit dem Kaffelstapler überfahren? Oh, ist der jetzt überhaupt? Hilft der noch? Oh, er ist tot. Okay. Gut. Dann hol ich mich hier mal ein bisschen Munition. Und guck jetzt mal, dass ich nicht den nächsten rauslass. Okay. Pass auf, gleich mach ich einen auf und dann kommen mir da 50 Granaten entgegen oder so'n Scheiß. Okay, hier auch Brechstange. Dann können wir hier wahrscheinlich auch wieder Gold rausholen. Oh! Naja, also ich weiß nicht, was schlimmer ist, als einen Bulldozer aus dem Container zu holen. Aber gut, wenn du sagst, es geht schlechter. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier, äh, gucken, ne... Hi! Dass wir Brechstangen finden. Auch hier ist keine drin. Die Mission gefällt mir, ehrlich gesagt. Auch hier haben wir keine Brechstange. Oh! Nein! 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 Ich wurde gesniped. Komm, ich will ihn... Nein, er wird mich... Aua! Scheiße! Ach, Mist. Okay, er fährt mit dem Gabelschabler durch die Hände. Ey! Ja, komm, lauf, lauf, lauf! Gott! Nicht stehen bleiben! Lauf, 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 lauf! Hol mich, hol mich! Ja! Oh, du bist ein Gott, Alter. Du bist ein Gott. Weißt du, juckt ihn einfach nicht. Er kriegt 30.000 Schüsse ab. Interessiert ihn scheiß Dreck. Mach auf! Auch hier haben wir nichts drin. Ja, ich kann nichts... Aua! Eier, ja, was ist denn hier los? Ich muss mal kurz hier rein. Und mein Teamkollegen holen. Kommt der her, ey. Okay. Ach, hier kann man auch noch aufmachen mit einer Brechstange. Guck mal, ob ich irgendwo... Moment mal. Aua! Ich hab da oben grad irgendwo was gelbes Leuchten gesehen. Aua! Ja, jetzt haben wir die Helmholtz, Alter. Wir sind hier echt am Arsch. Ziemlich am Arsch. Nein! Nein! Hängt ausgerechnet da ein Sniper, ey. Ich werd nicht mehr. Noch irgendwo einer. Da. Komm, geh drauf. Jawohl. Was? Warum Neustart? Hä? Was? Hä? Warum macht der Neustart? Was erhofft er sich jetzt? Ja gut, dann würde ich sagen, beende ich hier das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Like freuen. Und im nächsten Video versuchen wir das dann hier, denke ich, nochmal mit der Mission. Und mal gucken, ob wir das dann hinkriegen, ein paar Brechstangen beisammen zu kriegen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.